Hat jemand einen Vorschlag? In dem wilden Wasser schwimme ich nicht. Nein, nein, nein. Vielleicht kann ich euch helfen. Verfolgen Sie uns etwa? Wohlkaum. Ich gehe meinen eigenen Weg. Aber ihr scheint ihn andauernd zu kreuzen. Naja, wie auch immer. Auf Wiedersehen. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr keine Hilfe braucht? Nein, danke. Wir schaffen das schon allein. Schön, wie ihr wollt. Nein, nein, nein. Ohne mich. Jetzt kommt schon. Seid doch nicht so kindisch. Wenn wir genügend Anlauf nehmen, schaffen wir es, darüber zu springen. Das ist doch Pipel einfach. Na schön, aber du springst zuerst. Also gut, dann werde ich es euch vormachen. Wenn du noch weiter rückwärts gehst, geh du wieder im großen Tau. Na dann. Danke. Aber ich hätte es auch allein geschafft, wenn ich einen besseren Absprung gehabt hätte. Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt. Ich hätte eine bessere Idee, wie ihr über das reißende Wasser kommt, falls ihr Lust habt, sie zu hören. Klar. Wieso nicht? Ich bin nicht mehr ganz so fit wie früher. Nun? Damit wären wir jetzt auf der anderen Seite. Ist das denn auch der Weg, den Sie gehen wollen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon, ja. Das scheint der richtige Weg zu sein. Sie meinen, Sie nicht wissen, welchen Weg Sie gehen? Zumindest nicht genau. Ich, ähm, naja, ich habe diese Schlafgeschichten erlebt. Ja. Wissen Sie, ich glaube, Sie und wir, wir haben denselben Weg. ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018